Herzlich willkommen zum Finding-Answers-Talk. Wir sind Lena und Jan von Dialego und wir machen Kundenzentrierung einfach. Und heute möchten wir darüber sprechen, was Category-Entry-Points sind und wie man sie am besten definieren kann. Aber wie immer starten wir erstmal mit unseren drei Antworten zum Thema. Antwort 1. Um in Kaufsituationen bedacht zu werden, ist es gut für eine Marke, möglichst viele Category-Entry-Points zu besetzen. Antwort 2. Category-Entry-Points können durchaus außergewöhnlich sein, aber ganz sicher auch ganz herkömmlich. Und Antwort 3. Es braucht eine Mischung aus internen Quellen, KI und auch primärer Marktforschung, um relevante Category-Entry-Points zu identifizieren. Ja, Jan, lass uns loslegen mit dem Thema Category-Entry-Points. Endlich sitzt du mal wieder hier. Wirklich lange Zeit. Ich glaube, Mai das letzte Mal, mit Elternzeit und so. Und jetzt, ja, ich freue mich aber sehr. Tolles Thema heute. Guter Wiedereinstieg hier. Mentale Verfügbarkeit finde ich in letzter Zeit ganz spannend. Hört man viel. Es ist überall in den Themen, in vielen Interviews liest man es. Das kommt bei uns ja auch immer wieder weiter vor. Und ihr hattet ja schon mal auch darüber gesprochen im Talk über mentale Verfügbarkeit. Und heute haben wir uns dann gedacht, sprechen wir mal ein bisschen genauer über das Thema Category-Entry-Points. Das ist ja dann noch so eine weitere Detailstufe in der gesamten Überlegung. Und ja, möchten wir euch heute ganz gerne erläutern, wie man sich dem nähert und wie man da ganz konkret dazu kommt, für die jeweilige Kategorie auch die relevanten Category-Entry-Points zu identifizieren. Und vielleicht ganz kurz eine Ebene darüber. Wo kommt es her? Das Konzept kennt ihr bestimmt. Mentale Verfügbarkeit von Byron Sharp. Das ist auch gar nicht neu, sondern ja, auch schon ein paar Jahre alt. Und dann kam aber dazu, dass Jenny Romaniuk auch vom Ehrenberg Bass-Institut einfach mal aufgezeigt hat, wie kann man denn mentale Verfügbarkeit messen? Und dann wird es halt für die Marktforschung auch extrem spannend. Und deshalb messen wir jetzt auch ganz viel mentale Verfügbarkeit, wenn wir Marken begleiten. Und was braucht es für eine Marke, um mental verfügbar zu sein? Was steckt dahinter? Das sind nämlich genau diese Category-Entry-Points, nämlich Kaufanlässe, bestimmte Situationen, in denen an eine Kategorie gedacht wird, die dazu führt, dass man an eine Kategorie denkt und dann im zweiten Schritt auch an eine Marke denkt. Ja, ich mag auch gerne da aus der Literatur so das Zitat, mentale Verfügbarkeit ist die Fähigkeit einer Marke, die Eigenschaft einer Marke, von irgendeinem Kategoriekäufer, von irgendeiner Kategoriekäuferin in irgendeiner Kategoriekaufsituation bedacht zu werden. Das, finde ich, zeigt auch schön diesen breiten Ansatz der Category-Entry-Points, also dass man da wirklich, wie es auch da wirklich steht, irgendjemand in irgendeiner Situation. Aber trotzdem geht es natürlich auch darum, ein bisschen spezifischer zu werden, von diesem Irgend auch wegzukommen. Und das zeigen wir euch heute, wie das konkret gelingen kann. Und die Idee dahinter ist ja immer noch Markenwachstum. Also wie kann es einer Marke gelingen, zu wachsen? Und da ist die Theorie, es funktioniert nicht, wenn man nur einen so einen Kategorie-Entry-Point besetzt, sondern man muss möglichst viele Kategorie-Entry-Points besetzen und in möglichst vielen dieser Situationen mental verfügbar sein für die Konsumenten und Konsumentinnen. Und dafür muss man halt auch verstehen, welche besetzt man, welche besetzt man vielleicht noch zu wenig und wie ist das auch im Vergleich zum Wettbewerb. Ich finde hier den Gedanken ganz spannend, weil ich finde, sonst, wenn wir forschen, vielleicht so in Richtung Kommunikation oder auch so in Richtung Claims und Aussagen, da geht es ja ganz oft auch darum, so den einen einzigen zu finden, den One and Only sozusagen. Also wir sind ganz oft sind fair dabei, uns wirklich so zu konzentrieren aus verschiedensten Optionen, wirklich die beste Variante oder die eine Aussage oder wirklich diesen einen Benefit. Also eigentlich sind wir sehr geübt da drin, immer diesen einen herauszufinden. Und jetzt bei mentalen Verfügbarkeit, bei den Kategorie-Entry-Points kommt auf einmal, finde ich, so ein bisschen anderer Ansatz. Möglichst viele. Das ist eigentlich, finde ich, relativ ungewöhnlich. Aber umso spannender, einfach diese Überlegung, ja möglichst viele mitzunehmen. Natürlich müssen die auch relevant sein. Aber genau wie du es sagst, ich finde es auch ganz interessant im Zusammenhang mit dem Wachstum. Ich mag auch die Vorstellung, wenn man einfach sich das mal vorstellt, in einer Supermarktsituation, einfach in dieser Kaufsituation, woran denken die Leute? Und na klar, dann können es einfach die verschiedensten Ansätze sein, die verschiedensten Kategorie-Entry-Points für die verschiedenen Kategorien. Und ich mag den Ansatz sehr gerne, da sich das zu überlegen, ja möglichst breit aufgestellt zu sein und als Marke wirklich möglichst viel zu bedienen da von der, aus den Dimensionen. Ja, und dann kommt irgendwann der Schritt, wenn man sich dann darauf geeinigt hat, ja, wir möchten das mal messen. Im Moment ist auch viele Marken, die es einfach mal ausprobieren. Wie sieht es denn aus? Bringt uns diese Kennzahl der mentalen Verfügbarkeit was? Auch als Zusatz zu Awareness. Awareness hat natürlich auch irgendwie noch seine Berechtigung, aber mentale Verfügbarkeit geht ja weiter. Und was muss man dann tun, um das wirklich messen zu können? Und da ist immer unser erster Punkt, ja, wir müssen die Kategorie-Entry-Points bestimmen, weil Fragebogen ist relativ easy für so eine Studie zur mentalen Verfügbarkeit. Da gibt es auch genug Literatur und viele Leute, die das ausprobiert haben. Das kann man gut aufsetzen. Ist auch vom Umfang her vollkommen überschaubar. Für die Befragten sehr, sehr einfach. Das ist alles super schön daran, aber man muss halt die Kategorie-Entry-Points vernünftig definieren, weil sonst misst man eine Kennzahl, die nachher auch nicht richtig ist oder die Realität abbildet. Und wenn man sich dem dann nähert, dann ist eine Überlegung erstmal wichtig, nämlich den Gedanken zu verstehen, dass es pro Kategorie, pro Produkt wirklich auch viele und viele verschiedenste Kategorie-Entry-Points geben kann. Wir hatten es ja vorhin schon mal so erläutert, es ist nicht mehr diese eine einzige, sondern eher möglichst viele auch zu besetzen. Und genauso gibt es auch viele, die können ganz gewöhnlich sein, ganz außergewöhnlich, aber sie können halt auch ganz verschieden sein. Und ein Beispiel könnte sein, beim Kaffee trinken, völlig klar, vielleicht denkt man sofort morgens zum Wachwerden. Na klar, das könnte ein Kaufanlass sein, ein Kategorie-Entry-Point sein, aber genauso, wenn man mal beim Beispiel Kaffee bleibt, beim Zusammensitzen mit Freunden, zur Entspannung am Nachmittag, zur Belohnung beim Stück Kuchen. Da gibt es ja unheimlich viele und das illustriert einfach schön den Gedanken, dass es viele verschiedenste Kategorie-Entry-Points gibt, die dann wiederum gerne im Späteren besetzt werden können. Aber einfach da diesen Gedanken sich zu überlegen, viele sind es und die können ganz gewöhnlich sein, also wirklich so die allerersten, an die man denkt, aber natürlich auch außergewöhnlich. Es besteht vielleicht manchmal die Gefahr, dass man eventuell sogar vielleicht zu außergewöhnlich denkt. Das ist vielleicht auch interessant, weil man vielleicht gerade auch für die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die sind natürlich unheimlich nah in ihrer Kategorie dran, unheimlich mit viel Expertise unterwegs. Da ist oft unser Aufruf, auch wirklich daran zu denken, mal naheliegend zu gucken. Und in der Literatur heißt es dann, Eier auch zu bedenken, dass die zum Frühstück auch verwendet werden. Und nicht nur mit Proteinen und Eiweißgehalten oder zur gesünderen Ernährung, sondern einfach auch so ganz grundlegende Themen. Also auch da die Mischung macht es sehr nahe zu denken, aber auch fern. Und das Allerwichtigste, wenn man über Category-Entry-Points nachdenkt, ist zu verstehen, dass es nicht auf Marke ankommt, sondern dass es eine Ebene drüber ist. Man definiert die für die Kategorie. Also wenn wir bei Kaffee sind, dann halt für die Kaffee-Kategorie, nicht für die eine Marke. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil man ja schon aus der eigenen Markenbrille herausdenkt und sich überlegt, das sind Category-Entry-Points, die wir vielleicht auch schon gut besetzen als Marke oder wo wir hinwollen. Und das kann man natürlich auch alles berücksichtigen, aber damit würde man ja es verzerren, wenn man nur Category-Entry-Points nimmt, die irgendwie schon auf die eigene Marke einzahlen oder so der eigenen Markenwahrnehmung entsprechen. Und deshalb ganz wichtig, einen Schritt drüber gehen, so auf den Balkon treten und die ganze Kategorie betrachten. Und wir konzentrieren uns dann gerne im Bestandteil Primärforschung, nicht nur auch auf den Kauf, also dass man fragt, wann würdest du das kaufen? Das ist ein wichtiges Thema, aber man sollte auch das Thema Nutzung mitdenken. Also ganz sicher sind die Käufer, die Käuferinnen sind irgendwie natürlich am Ende die Entscheidungsträger und irgendwie wahrscheinlich auch am wichtigsten, aber die NutzerInnen, die sind auch sehr relevant dabei, also gerne kombinieren, Kauf und Nutzung von Category-Entry-Points. Genauso, wenn wir uns noch einen Schritt weiter denken, kann man ja auch sogar so weit gehen und sagen, ich frage gar nicht oder ich denke gar nicht nur an die jeweiligen Käufer selber sozusagen, sondern frage die auch noch, was kennt ihr denn noch für andere Beispiele aus eurem Umfeld, aus Freunden und Bekannten? Also selbst das kann man mitdenken, das kann spannend sein. Das geht halt auch wieder in diese Richtung, auch durchaus da breit zu denken in Category-Entry-Points. Käufer, Nutzer, aber auch vielleicht sogar noch im weiteren Kreis. Was kennt man? Was könnte man sich vorstellen, was ein relevanter Category-Entry-Point ist? Aber das geht schon relativ tief in den Bereich Primärforschung. Wenn wir uns dem nähern, wir starten da immer ganz gerne aus einem anderen Winkel. Lena hatte das ja eingangs schon gesagt. Wir schauen immer ganz gerne uns so eine Mischung an aus internen Quellen. Häufig liegt in den Unternehmen schon viel Wissen voraus, Zielgruppenstudien, aus U&A-Studien oder einfach aus Kategorie-Erfahrung über die Jahre, Jahrzehnte. Häufig sind unsere Auftraggeber natürlich dann einfach schon sehr, sehr gut informiert und haben viel Erfahrung und wissen einfach, das könnten mögliche Category-Entry-Points sein oder das sind auch erfahrungsgemäß natürlich welche. Also das kann schon mal ganz sicher eine erste Ebene sein, die man auf jeden Fall mitdenken sollte. Wir stellen später noch ein bisschen genauer die verschiedenen W-Fragen vor, ganz klassisch, die man dann nutzen kann. Kann man auch schon bei diesen internen Quellen bedenken, also ganz klassisch, wann, wie, warum, wo, mit wem und so weiter. Kann man sich schon in dem Fall überlegen, aber generell ist dieser Punkt nicht zu vernachlässigen, auch durchaus intern mal zu sprechen, interne Quellen einzuholen. Was könnten CEPs sein? Und das Zweite, was man machen kann, ist natürlich auch kein IE-Nutzen mittlerweile. Beispielsweise Chat-GPT-Fragen. Chat-GPT kennt auch Category-Entry-Points, erkennt das Konzept, kann man aber auch einfach mit reinpumpen und sagen, jetzt überleg dir doch mal Category-Entry-Points, auch vielleicht eine Struktur an den W-Fragen, was können Category-Entry-Points sein? Und das ist ja dieses Klassische, wofür man auch generative KI ganz viel nutzt, einfach fürs Brainstorming, dass man nichts vergisst. Da kommen manchmal dann so ganz außergewöhnliche Dinge, an die man vielleicht nicht gedacht hat. Oder es kommen auch die sehr offensichtlichen Dinge, werden dann nochmal aufgezählt. Und ja, so kann man nochmal seine eigene Liste aus internen Quellen, aus Eigenstudien erweitern, um Dinge, die man vielleicht bisher nicht auf dem Schirm hatte. Ich persönlich denke, bei Nutzung von GPT häufig, bevor ich gepromptet habe, denke ich immer, ah, da werden jetzt ganz viele außergewöhnliche Themen noch kommen, die ich nicht bedacht habe. Also so in Richtung Kreativität geradezu gedacht. Da denke ich oft, GPT denkt bestimmt besonders wild. Und die Wahrheit ist aber, dass genauso auch ganz grundlegende Aspekte, ganz grundlegende Kaufanlässe dazu kommen, die man teilweise gar nicht alle auf dem Schirm haben kann. Und das ist aber auf jeden Fall auch eine spannende Möglichkeit, da nochmal hinzugehen, sowohl nah als auch fern, sich da einfach von der KI inspirieren zu lassen. Was könnte dann noch ein relevanter Punkt sein? Und dann habt ihr es schon gehört, dann haben wir schon zwei Aspekte schon abgegrast. Wir haben interne Quellen bemüht, wir haben KI-Power genutzt sozusagen. Das setzt einen schon sehr gut auf eine gute Grundlage. Und dann wären wir kein Institut, wenn wir nicht sagen würden, wir setzen natürlich auch auf Primärforschung. Und dann führen wir natürlich auch sehr gerne Studien durch, die dann auch nochmal Category-Entry-Points genauer beleuchten. Und da ist das Thema W-Fragen ganz besonders wichtig für uns. Beziehungsweise vorab, da gibt es vielleicht auch zwei Möglichkeiten. Man kann da qualitativ rangehen und wirklich mal ganz tief reingehen und ja, mit ein paar Interviews oder Live-Chats herausfinden, was sind dann so Category-Entry-Points noch gar nicht, um das zu quantifizieren und die relevantesten zu identifizieren, sondern um einfach herauszufinden, naja, haben wir noch irgendwas vergessen? Was erzählen uns die Leute? Ist vielleicht in manchen Kategorien notwendiger als in anderen, wo man da noch gar nicht so ein Gefühl für hat, was dann auch alles noch Category-Entry-Points sein könnten? Also das ist eine Möglichkeit, aber natürlich mit Aufwand verbunden. Und die andere Möglichkeit ist, man nutzt diese ganzen Dinge, die man jetzt schon aus internen Quellen, vielleicht auch aus Sekundärquellen, wo auch immer, her hat, was man mit ChatGPT erfahren hat, was man selber sich überlegt hat und hat dann 100, also oft 100 Category-Entry-Points. Keine Seltenheit, dass man da auf 100 kommt. Und dann weiß man nicht, wie geht man jetzt weiter, weil nachher in die Studie für die mentale Verfügbarkeit kann man halt so maximal 24, würde ich sagen, 24, 25 Category-Entry-Points mit reinnehmen. Besser nur 20. Und das heißt, man muss irgendwie reduzieren und dann will man ja die nehmen, die irgendwie die höchste Relevanz haben und nicht die, die irgendwie bei zwei Leuten dann ab und zu mal auftreten. Und dafür eignet sich dann einfach nochmal eine quantitative, kleine Vorstudie. Ich mag diesen doppelten Ansatz auch, weil es kann wirklich auch ganz spannend sein, ja breit, indirekt heranzugehen. Das ist wieder so ein Beispiel, man wird ja überrascht, welche Themen da doch noch aufploppen, die man vorher noch nicht auf dem Schirm hatte. Also auch hier kann das indirekt, das Offene ganz spannend sein. Und sowas, was du sagst, so im Qualitativen oder auch in offenen Fragen ist wirklich ein spannender Gedanke hierbei. Und für die quantitative Vorstudie haben wir euch einfach mal ein Beispiel mitgebracht, wie das bei uns aussieht. Und ich teile dazu einmal meinen Bildschirm. Das ist ein bisschen größer. Und hier seht ihr so einen Ausschnitt aus einem Fragebogen, wie das aussehen kann, was wir da machen. Und wir teilen das meistens auf, dass wir erstmal offen fragen. Dass wir auch im Quant, also hier haben wir jetzt im Beispiel keine qualitative Vorstudie gemacht, sondern wir sind direkt mit unseren 100 Vorschlägen in diese Studie reingegangen. Und es kann ja aber sein, dass wir was vergessen haben. Und das heißt, wir nutzen hier auch noch mal die Möglichkeit, offen danach zu fragen, was könnten denn noch Category-Entry-Points sein, machen das so ein bisschen im Storytelling-Modus, stellen viele offene Fragen und nutzen als Struktur die W-Fragen. Und wir haben als Beispiel jetzt hier mal Fruchtjoghurts reingeschrieben. Aus welchem Grund kaufen Sie Fruchtjoghurts? Zu welchen Anlässen oder in welchen Situationen essen Sie Fruchtjoghurts? Also da sieht man schon, dass ich mir gerade nicht so viele Gedanken gemacht habe, ob ich auf Kauf oder Nutzung gehe. Das kann man natürlich auch noch mal beides machen. Ich finde fast, hier könnte man eher so auf die Nutzung gehen, aber da muss man dann noch mal drüber nachdenken. Auch wo essen Sie Fruchtjoghurts? Was machen Sie, während Sie Fruchtjoghurts essen? Mit wem essen Sie Fruchtjoghurts gemeinsam? Oder für wen kaufen Sie Fruchtjoghurts? Wie fühlen Sie sich, wenn Sie einen Fruchtjoghurts essen? Also so Emotionen können da auch noch mal eine Rolle spielen. Und das fragen wir einfach offen ab, um da einfach so blinde Flecken, die wir nicht sehen, dann auch noch mal mit zu erfassen. Und was dann folgt, ist relativ einfach. Wir zeigen dann und teilweise auch 100, so auf verschiedenen Seiten kann man auch nach W-Fragen kategorisieren, relevante Category-Entry-Points, die wir vorher identifiziert haben. Und fragen einfach, welche treffen denn zu? Und sehen dann am Ende, okay, bei 10 Category-Entry-Points sagen 90% der Leute, die treffen zu. Bei den nächsten 10, 70% und dann kommen viele, wo es nicht so viel zutrifft. Was wir häufig auch dann auch noch mal machen, ist sozusagen, und was sind denn deine Top 3? Oder so, damit man da noch mal ein bisschen mehr Differenzierung reinbekommt, weil in manchen Kategorien schon viele immer zutreffen. Und so können wir uns nähern und können wirklich gut dann auf Basis der Ergebnisse auswählen, was sind denn die Category-Entry-Points, die wir dann in die Hauptstudie zur mentalen Verfügbarkeit mit reinnehmen. Und man darf auch ruhig den Mut haben, die Liste dann am Ende auf Basis dieser Ergebnisse zu kürzen. Wir müssen am Ende uns da reduzieren. Das fällt vielen Unternehmen oft schwer, genauso wie in anderen Dimensionen Absatz von Category-Entry-Points auch. Da würde man gerne 78 mitnehmen. Es hilft aber wirklich am Ende nichts. Und was man da sich überlegen kann, ist einfach auch dieser Gedanke, wirklich so diese ganz geringen Fügigen-Category-Entry-Points, die wirklich niedrig prozentual von geringen Anteilen irgendwie eine Relevanz haben. Inwieweit kann man die überhaupt beeinflussen? Inwieweit hat man überhaupt Mittel und Möglichkeiten, da wirklich noch ranzugehen, während man noch schon ganz andere Category-Entry-Points vor der Brust hat? Also da tut es wirklich gut, sich zu konzentrieren, die richtigen Varianten zu selektieren. Wir haben später zwar das Ziel, möglichst viele in Beschlag zu nehmen, aber möglichst viele sind nicht 78. Da wirklich runterzubrechen, ist einfach Pflicht, auch um sinnvoll weiterarbeiten zu können, sonst verliert man sich da ein bisschen. Auch im späteren aktiven Bearbeiten der Category-Entry-Points hat man nicht die Möglichkeit, wirklich im allerallerletzten Detail auch noch tätig zu werden, sondern in den relevantesten. Und was wir dann auch manchmal machen, ist uns so die Korrelationen anschauen, welche werden häufig zusammengenannt und dann inhaltlich beurteilen, kann man die vielleicht irgendwie zusammenfassen. Manchmal geht das. Also man sollte natürlich nicht unterschiedliche Dinge zusammenfassen, aber manchmal passt das. Oder man weiß, okay, die drei, die sind so ähnlich, da suchen wir uns einen von aus. Und das ist dann so die Arbeit, die dann ansteht. Manche Sachen sind auch, so das Klassische, verwende ich vor Weihnachten oder so, so diese saisonalen Dinge, die lässt man meistens raus, weil die halt nicht immer eine Rolle spielen. Man weiß zwar nachher, die sind wichtig, auf jeden Fall sind die wichtig, aber wir brauchen sie jetzt dann dort nicht, um die mentale Verfügbarkeit zu messen. Aber man hat dann, hat sich dann gut angenähert, ist strukturiert vorgegangen, hatte immer diese W-Fragen, so von eigener Überlegung, Vorstudie und kommt dann so ganz gut auf diese 20 bis 25 Category-Entry-Points, die man nachher mit reinnimmt. Und dann hat man ja irgendwann eine selektierte Liste, eine schlaue Liste und wir waren ja bis dato immer auf der Kategorie unterwegs, also wirklich auf dem Produkt als solchen und dann kann man irgendwann auch das Thema Marke mit reinnehmen. Wir finden es dann spannend, sich zu betrachten, welche Marken aus der Kategorie besetzen denn welche Category-Entry-Points. Es ist simpel abgefragt, kommt man schnell zu schlussreichen Erkenntnissen, wo man einfach verstehen kann, vielleicht ist die eine ganz klassische, der eine ganz klassische Kaufanlass ist einfach schon besetzt von drei, vier Top-Marken und dann macht es wenig Sinn, damit unsere Innovation da auch noch drauf zu halten. Vielleicht tun sich da kleine Nischen auf, kleine Subbereiche sozusagen, wo wir viel schöner noch Kaufanlässe besetzen können und das macht natürlich häufig Sinn, wenn man dann so in Richtung Innovation auch schaut, inwieweit da ja neue Produkte oder neue Gedanken da einfach Platz finden und immer mit diesem Gedanken, was Lena eingangs sagte, Wachstum. Wachstum schaffen, möglichst viele mitnehmen, kann deswegen auch sehr, sehr spannend sein, dann irgendwann CEPs in Zusammenhang mit Marken und einfach der Kategorie über sich zu bringen. Ja. Und vielleicht, das haben wir hier in Grau noch so reingeschrieben, wie sehen dann dann so Category-Entry-Points überhaupt aus? Die sind jetzt, von der Aussage muss man dann immer nachher schauen, wie man die formuliert, von der Satzstruktur, aber bei warum haben wir uns eben überlegt, das könnte sowas sein bei Fruchtyoghurts, weil es eine gesunde Alternative zu Süßigkeiten ist, wegen der probiotischen Vorteile, weil es eine schnelle und einfache Mahlzeit ist. Solche Dinge könnten da dann auftauchen. Bei wann? Ist klar, morgens zum Frühstück, nach dem Sport, am Nachmittag als Zwischenmahlzeit, vor dem Schlafengehen als leichte Mahlzeit, während einer die Diät als gesunde Alternative. Das ist alles nichts Überraschendes, aber könnten durchaus Category-Entry-Points bei Fruchtyoghurts sein. Wo? Im Büro, als Pausensack, unterwegs, in der Schule, beim Picknick im Park. Dann so dieses While während, beim Fernsehschauen, in einer kurzen Pause. Da ist mir sonst gar nicht so viel eingefallen bei Fruchtyoghurts. Fällt euch mehr ein. Wenn man KI gefragt hat. Dann irgendwie mit wem oder für wen, mit der Familie beim Frühstück, mit Kollegen während der Arbeitspause, mit dem Partner als gesunder Dessertersatz, mit Freunden bei einem Picknick. Hier haben wir auch wieder dieses Picknick und Arbeit, das hatten wir oben schon mal. Das ist auch häufig, wenn man nach diesen W-Fragen vorgeht, dass sich Sachen doppeln. Das ist dann meistens auch ein Kürzungspotenzial, dass man die erstmal mit reinnimmt und dann schaut, okay, was trifft denn irgendwie mehr zu? Wo sagen mehr Leute, das trifft auf sie zu? Und dann eins davon rausnimmt. Und dann Emotionen wird durchaus auch berücksichtigt bei Joghurt, weil ich mich entspannt fühlen möchte, weil ich einen besonderen Genuss haben möchte, weil ich mir etwas gönnen möchte, eine kleine Freude im Alltag, wie auch immer. Und solche Dinge sollte man auf jeden Fall auch berücksichtigen. Ihr habt es schon gesehen, das sind einfache Fragen, das sind fokussierte Fragen und das macht hier auch absolut Sinn. Die Category Entry Points an sich sind kein Hexenwerk. Nicht die abzufragen, aber auch die Category Entry Points an sich nicht. Da geht es wirklich ganz konkret um einen sauber benannten Kaufanlass, wenig um die ganzen Details vorne weg, auf dem Weg dahin oder wie war das Wetter dabei. Es ist wirklich relativ nüchtern, straight auf den Punkt, was war es denn? Wann brauchst du das denn? Es ist wirklich eher simpel als kompliziert. Und vielleicht da nochmal, das Allerschwierigste, was ich wahrnehme, ist wirklich auf der Kategorie zu bleiben. Weil wenn man da auch tiefer reingeht, man geht ganz schnell wieder auf die eigene Marke und überlegt sich, na, aber das können wir doch noch gar nicht, wir sind doch gar nicht für den kleinen Snack zwischendurch. Aber es muss halt trotzdem rein. Es geht nicht darum, nur die Relevanten für die eigene Marke rauszusuchen, sondern für die Kategorie. Und ja, da muss man halt diese Markenbrille in diesem Prozess abnehmen. Und man sieht dann, wenn man dann eine Studie zur mentalen Verfügbarkeit gemacht hat, sieht man ja gut, welche Kategorie Entry Points schon besetzt werden und nicht. Aber es ist echt wichtig, das sauber zu machen, auf der Kategorie zu denken, weil diese mentale Verfügbarkeit wird ja dann auch häufig auch mehrmals gemessen, dass man das auch trackt. Und da sollte man nicht dauernd die Kategorie Entry Points ändern. Das kann man irgendwie nach der Nullmessung mal machen und überlegen, okay, das war vielleicht jetzt noch nicht so gut, wir passen das mal an. Aber immer, wenn man das Markenset ändert oder wenn man die Kategorie Entry Points ändert, bedeutet das, man hat andere Voraussetzungen für die Kennzahlen am Ende. Und das ist dann immer schon ein größerer Angang. Deshalb einmal sauber aufsetzen, bevor man da ganz schnell reingeht und einfach mal ausprobiert, ist da echt wichtig. Das ist übrigens bei vielen anderen Themen auch relevant. Nicht nur bei Kategorie Entry Points, was du sagst, generelle Erkenntnis hier. Also wir fielen heute ganz kurz im Schnellflug zum Thema Kategorie Entry Points. Wie kriege ich die identifiziert? Wie kriege ich möglichst viele davon besetzt? Wie kann ich Wachstum generieren für meine Marke dann am Ende? Ein ganz kleiner Überflug von uns heute für euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und schon jetzt ganz viel Erfolg dabei für eure Kategorie, die relevantesten CEPs zu finden. Wenn ihr Fragen habt, selbst schon ausprobiert mitten im Prozess seid und einfach mal euch austauschen möchtet, dann meldet euch gerne bei uns. Wir sprechen gerne drüber. Vielleicht habt ihr auch andere Erfahrungen gemacht mit Vorstudien, wie man die noch gut identifizieren kann. Da sind wir ganz neugierig drauf und auch sonst bei Fragen einfach melden. Genau. Klasse. Schönen Tag für euch und vielen Dank. Bleibt neugierig. 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 Vielen Dank.